ja liebe leute heute geht es darum wie ihr beim bmw 1er beziehungsweise alle bmws das öl einfüllt beziehungsweise wo das allererstes müsst ihr hier unten unter dem lenkrad die mutterhaube öffnen ja und wo bei diesem gewusel füllt man es nun ein und zwar ist es hier oben ganz normal sicherlich die meisten wissen natürlich schon ist hier oben einfach hier mit aufdrehen öl einfüllen wie viel genau sieht ihr dann in der beschreibung vom bmw handbuch das war so schön kurzes tutorial vielen auch fürs zuschauen